Das hier erschwert die Sache etwas, Commander. Hände über den Kopf. Nehmt die Sonnenvisiere ab. Ähm, Sir? Runter damit, sofort! Netter Schuss. Mein Name ist Drax. Aber ihr sprecht mich mit Captain oder Sir an. Sir, ja, Sir! Ich bin Commander Cody, euer neuer Boss. Ich bin Soldat mit der Dienstnummer 27-5555, Sir. Wir nennen ihn Fives. Ich bin Heavy und das ist Echo. Wo ist euer Sergeant? Tod, Sir. Nur wir sind übrig. Sieht so aus, als hätten wir ein paar Glänzer, Commander. Glänzer, Sir? Ganz recht. Eure Ausrüstung glänzt wie neu. Genauso wie ihr. Sir, meine Kameraden und ich sind trainiert und entschlossen. Wir erobern uns die Basis zurück, glänzend oder nicht. Es besteht also noch Hoffnung, Rekrut. Einheit 26, bist du das? Roger, Roger. Du hörst dich seltsam an. Stimmt etwas mit deinem Vokabulator nicht? Roger, Roger. Nimm den Helm ab, damit ich deine Identität prüfen kann. Roger, Roger. Das klappt doch niemals. Klone! Roger, Roger. Alles klar. Gehen wir rein. Bitte um Erlaubnis voranzugehen, Sir. Ich bin immer der erste Kleiner. Er wird's überleben. Kämpf weiter. Ich hab ihn erwischt. Tut mir leid, aber der geht auf mein Konto. Träumt weiter. Sieht aus, als bekämen wir Besuch. Das, die mir jokeaschhora Americans liegen. Eine 10e Läge. Dürfen. Da. várias jas잔. But. Die. Diese. Nein! Oh. Dürfen. Gнут. Glück. Dürfen. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017